hallo leute und herzlich willkommen zu scribble.io ja wieder ein weiteres projekt oder ein zusätzliches projekt am samstag halt wie die anderen videos die halt auch immer kommen mit mir und dem zihonk hallo folgende situation ist ja dass wir jeden samstag irgendwelche spiele spielen das heißt es können auch browser spiele sein es können normales team spiele sein es können andere spiele sein es kann auch kostenlose spiele von steam sein die nicht wirklich gut funktionieren auf jeden fall und ich würde sagen wir starten einfach mal rein wollen wir drei runden oder mehr drei erst mal drei zum warmen werden erst mal dann gucken wir mal du startest und ich muss erraten und ich mach mal direkt den grund schade hätte er funktioniert es sieht schon mal super aus ja auf jeden fall das ist viel zu groß ich bin ein bisschen zu weit mit der steigefinger ich muss mal die tastatur raus ich kann so schlecht zeichnen ich kann so schlecht zeichnen es gibt sogar so ein teil mit dem logo drauf wo man musik drauf hören kann hat aber gedauert dann habe ich alle möglichen sachen eingetippt ich weiß halt nicht genau was ein ipad ist aber ich weiß was von apple ist ja so ungefähr war aber der meinung es war ein tablet das ist so beliebt wenn ich hier schon ich verraten mal kleiner tipp nein nein ach krass kalender ich kann nicht mal schreiben kalender oder ja ok jetzt habe ich glaube ich auch kapiert das ist sachen die niemand mag ja dann hättest du gar viel zeichnen sollen das war jetzt eine blöde idee aber ich versuche es dann noch was du was ist was ist das die 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 das ist wirklich etwas Du hast den Grafen übrigens falsch rumgemalt. Hä? Okay, falls man sich wundert, im Hintergrund brüllt sein kleinerer Bruder herum. Ach Quatsch, warum? Ich nutze doch auch einfach hier so. Und... Was habe ich falsch rumgezeichnet, gemalt, meinst du? Äh, die Y-Achse, die kommt eigentlich nach rechts, wenn es einen Graf darstellen soll. Du hast es eh abgekuckt. Nee, 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 es sollen einfach nur... Ich traue dir nicht. Ja, ich darf ja nicht klagen, ist das blöde. Was sag's? Es geht ja ums Allgemeine hier, was... Was sind das? Das wird für etwas bisschen verwendet. Ach so. Mein Diagramm, Werte und alles, ne? Was auch wenn der Pac-Man da sollte? Das sollte so eine Torten-Ding sein. Ach so. Deswegen habe ich da ein Stück rausgebrochen. So viel Prozent sind halt dafür, so viel Prozent dafür. Oh Quatsch, der Bruder rastet aus. Ich habe mich schon wieder gemalt. So. So. Wollen wir eine neue Regel machen? So. 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 Ich bouff. So. Der R A. C u u d la. Ohne das ährer am Ende. Warm hat es noch ein zweiter ahrer am Ende hin gut Sacula. warte wir machen es sonst leicht aber ich muss das ja irgendwie mit der farbe solchen tipp geben der nicht hilfreich sein wird so und das geht ja halt um das was hier dann so das ist nicht wirklich hilfreich hey hör doch auf ist nicht das wort so echt mal ein bisschen kreativität hängt auch manchmal an solchen objekten aber hauptsächlich geht halt wie gesagt und das da ja ich kenne mich nicht wachs kerzen wachs wachs ne kerze sieht aber anders aus was für kerzen habt ihr bitteschön keine solche und keine mit so einer kleinen flamme oben drauf ja am besten gleich bunsenbrenner ne ja ok daher dass jetzt ein bisschen kurz war wir haben gerade mal acht minuten würde ich sagen machen ja und fünf runden auf jeden fall weil ich glaube das ist dann schon eher was wie kommt man nicht auf wachs bei einer kerze tut mir leid ich kann halt nur solche rumkerzen das wort ist fies ich wette du wirst raten können an sich aber das bestimmte wort nicht so ja das fahrt und was schon eher die sirenen sind immer so schön an sich ist es richtig was du schreibst du es ist ein anderes wort das kann ich einmal fairerweise dazu sagen wenn ich es dann werde ich schulde mir alle 100 euro oder ich kann ich interpretiere das wort falsch auch nicht hä ne da hab ich jetzt achso auch schon jetzt sind wir reichen und ein grund warum man mit im fängt nicht mit den einmal gearbeitet hat feuer wer keine ahnung warum meinst du ein auto wenn du die wache meinst ach das tut weh das wort hat mir am meisten von den und hat noch was gesagt die dort waren die haben mir allesamt nichts gesagt so ich machs mir einfach Dachrinne oder? so fertig 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 klar Eis auch außen gelb in weiß alles klar okay ich bin mal nicht so arschig auch wenn du ein bisschen blöd gemalt hast aber ey aber eben ist der Boden ja auch die Decke aber ist das so fried auch wenn ich das nicht mal habe ach so Malt er einfach ein Feuerwehrauto, wenn er die Wache meint? Das Arsch. Ach ja. Ich habe es noch gecheckt. Ich bin jetzt super langsam beim Tippen. Ich habe nur die 5 Sekunden vor dir angefangen und war immer noch nicht fertig. Auch nicht. Ich habe gewonnen. Auch nicht. Gitter schreibt man glaube ich anders. Nein, das ist es nicht. Auch nicht. Das sind die schönsten Fische, die du jemals gesehen hast. Du bist einfach nur ein Hintern, weißt du was? Wieso denn? Ich wollte gerade noch Fische reinmalen. Dann hast du ja erraten. Ich geh hier die Bilder einfach da rein. Ich ziehe bald in meinen Zimmerraum, hoffentlich. Ich geh hier nicht. Komm nicht. Komm nicht wieder. Doch. Bring mir Nudeln mit. Ah ne, komm. Ich glaube nicht. So schlecht gemalt gewesen eben. Das heißt. Michael Jackson is close. Das heißt. Ach so. Ne, das habe ich geschrieben. Nein. Alex, du bist scheiße. Esshaft? Jetzt bin ich verwirrt. Nein. Es ist einfach. Es ist bloß ein gemeines Wort an sich. Weil das kannst du halt schlecht malen. Ich hatte es richtig. Ach so. Ich hätte auch ein Strichmännchen, was auf einer Banane ausrutscht malen können, aber... Das wäre besser als ein Clown. Die würde ich eher unterhauen. Hä? Das war ein lachendes Gesicht. Es war nein. Sieht aus wie ein Clown. Die sind alle doof. Ich darf mich einfach überraschen, was ich kriege. Das haben wir von... Pfff. Oh, es braucht... Haben sie die Zeit... Ah, ne, haben sie nicht. Okay. Oh, ich hasse das. Das tut immer noch. Du hast links außen einen kleinen Viertel vergessen, deswegen macht er das. Dann kann ich aber einen anderen weister Ton nehmen. So. Es geht um das ja. Dieses kleine Stückchen dazwischen. Schweben. Ersthaft. Boah. Hm. Was? Mit F? Ja, okay. Aufsichern. Wort mit 4 Buchstaben. Was ist mit F? Äh... Alex. Wenn sie es jetzt hat, schäme ich mich. Ja. Hä? Was ist daran fliegen? Sieht aus wie zwei Topfhandschuhe unten. Aufsicher Ufer. Aufsicher Ufer. Ey, wer hat sich denn... Ich hab jetzt schon verkackt. Was weiß. Hahaha. Lösen wir das ganz einfach. Dann erkennt man das auch. Ja, aber es ist halt... Da kommt man an, wenn man aus dem Ausland wiederkommt, ne? Und so weiter und so fort. Ah, das war eigentlich zu einfach natürlich. Scheiße. Können wir gleich noch ne Runde hinterher schieben oder was läuft hier? Oh, das Wort ist super. Das ist ein Sch... So. Hahaha. So, dann nehme ich mir jetzt, äh... Lachflash im Hintergrund. Entschuldigung Leute, für sowas. Das ist ein Sch... So, dann nehme ich mir jetzt, äh... Das würde in Zukunft hoffentlich nicht mehr vorkommen. Hahaha. So. Dann kommt da jetzt, grün Kram drauf. Du Arsch, ich krieg Hunger. Nimm nix mit Essen, wenn ich grad noch nichts gegessen hab. Das hat noch niemand's schert. Ich hab echt... Das waren diese Eisblätter. Ach komm, ich kann auch heute nur Frühstück bisher. Und das rote Vogel. Oh, das wird schon... Daher ich so gut wie gar nicht zeichnen kann. Alter, das sieht so scheiß aus, wie es halt ist. Huch. Mache. Du dampfst. Huch. Das packt mich so ab. Je... Da wollte man eigentlich nur kurz mal ein bisschen... So, dann macht man sich das hier einfach. Und die leben ja da, wo es ein bisschen mehr ist. Deswegen das hier. So. Farbstimmig ist es ja schon mal. Ich versuch nochmal die Beine irgendwie ein bisschen dicker zu machen. Damit es halt nicht zu dünn ausschaut. Oh Gott. Krähe? Ja? Nicht die komplette Website. Ist die ausführende Sophia. Pinguin. Okay. Ah! Antilope ist auch nicht schlecht. Ohne Spaß, ich kann kein Tier zeichnen, aber ich krieg eine ganze Wand voller Scheiße zu machen. Übrigens einer der Griffe, die gerade angezeigt wurden, die ich nicht angenommen habe. Garfield. For real? Ja. Ist eigentlich voll leicht zu zeichnen. Deswegen. Ne, ich hab jetzt viel anspruchsvolleres genommen. Okay, der Farbton ist doof. Und geh mal fuck auf den Koller. Bei dem Typen ist es allerdings wichtig. Ah, okay. So. Ah, ich kann mir so was denken. Ne, das geht gar nicht. Okay. Zwei Worte und hä, ne. Habt ihr zuletzt es uns? Wer war mal in der Führungsposition? Ach, jetzt. Oh Gott. Ich muss kurz überlegen. Ich dachte immer... Das ist trotzdem nicht. So, einmal eine schöne Kopfumrandung. Dann nochmal da ein bisschen Farb... Übrigens, ich sag ja eins. Farbe wäre scheißegal gewesen. Und auf der letzte Sekunde werde ich es auflösen. Aber Führungsposition hat... Ich weiß nicht. Naja, es hätte irgendwer sein können. Und? Aber die... Das kann doch noch auf der Hautfarbe an. Weil sonst gibt's irgendwie doch nur einen. Das Wort gibt es? Was? Hä? Ich war noch einmal mit Zeichnen fertig und du hast es schon. Ich frage mich aber, wie ich mit tausend Punkten, exakt tausend, gewonnen habe. Okay, wir haben jetzt 19 Minuten. Wollen wir jetzt 20 Minuten Ende machen? So quasi? Wir könnten noch eine Dreierhunde spielen oder Zweier. Erst von dritten aber... Nee, jetzt wird es sogar zu lang sein. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Aber wir machen auf jeden Fall gleich noch eine weitere Folge. Also so scheiße ist das jetzt auch nicht. Gott, das will hin. Von daher würde ich nur noch eins sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau.